Hey Filmfans und angegende Medienwissenschaftler, willkommen zu unserem Deep Dive. Diesmal tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Farbe im Film. Genau, Farbe im Film. Ein Thema, das viele spannende Fragen aufwirft. Absolut. Wir haben dafür heute einen bunten Mix aus Quellen zusammengestellt. Texte zu Filmtheorie und Analyse. Einen Wikipedia-Artikel über Pleasantville. Ein Film, der, ja, wie ihr wisst, sehr stark mit Farbe arbeitet. Und zwei Filmkritiken zu Pleasantville. Richtig. Unser Ziel ist es, die wichtigsten Erkenntnisse und Denkanstöße für euch herauszufiltern und neue Perspektiven auf die Welt der Farben im Film zu eröffnen. Genau. Farbe im Film. Ein Timer, das oft unterschätzt wird. Aber unglaublich wichtig für das Filmelebnis ist. Absolut. Fangen wir doch mal mit den Basics an. Schwarz-Weiß versus Farb. Ja, ein guter Startpunkt. In einem unserer Texte von Werner Marshall wird der Fotograf Paul Alderbrich zitiert. In Schwarz-Weiß suggerierst du. In Farbe setzt du Aussagen. Was sagst du dazu? Outerbrich springt es auf den Punkt. Schwarz-Weiß-Filme arbeiten viel mit Andeutungen, lassen Raum für Interpretationen. Aha, verstehe. Und wirken dadurch oft subtiler und poetischer. Farbe hingegen ist direkter, konfrontativer. Ja, eindeutiger. Sie konfrontiert uns mit einer konkreten visuellen Aussage. Das heißt, Schwarz-Weiß ist nicht einfach nur die billige Variante, bevor es Farbe gab. Auf keinen Fall. Schwarz-Weiß ist eine bewusste Stilwahl. Mit eigenen ästhetischen und dramaturgischen Möglichkeiten. Genau. Im Text wird auch der Filmtheoretiker Rudolf Arnheim zitiert. Ja, Arnheim? Er beschreibt Schwarz-Weiß als lineares Relief. Farbe hingegen empfindet er als komplexer. Was steckt dahinter? Arnheim vergleicht die Graustufen im Schwarz-Weiß-Bild mit einem Relief. Hi. Schwarz als tiefste Stelle, Weiß als höchste Erhebung. Aha. Farbbilder hingegen sind mehrschichtig. Wie übereinander gelegte Reliefs. Genau. Verschiedene Farben interagieren, schaffen neue Farbtöne. Und erzeugen eine visuelle Komplexität. Die im Schwarz-Weiß-Film nicht möglich ist. Also quasi eine Art multidimensionale Farblandschaft. Ja, genau. Aber diese Komplexität bietet Filmemachern ja auch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Absolut. Farbe kann Stimmungen und Emotionen viel direkter transportieren. Konflikte visualisieren. Ja, und durch bewussten Einsatz von Farbkombinationen eine ganz eigene Bildsprache entwickeln. Spannend. Schwarz-Weiß-Filme setzen hingegen eher auf die Kraft von Licht und Schatten. Richtig. Formen und Linien. Und das macht sie besonders geeignet für die Darstellung von? Perspektivischen Verzerrung. Oder dem Spiel mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Genau. Okay. Also Schwarz-Weiß ist nicht gleich Schwarz-Weiß. Auf keinen Fall. In Marshalls Text wird das Beispiel von Billy Wilders Some Like It Hot genannt. Some Like It Hot, ein Klassiker. Wilder hat sich bei dieser Komödie ja bewusst für Schwarz-Weiß entschieden. Weißt du warum? Es hat mehrere Gründe. Zum einen spielt er Film in den 20er, 30er Jahren. Aha. Die Zeit der klassischen Gangster-Filme. Genau. Die hauptsächlich in Schwarz-Weiß gedreht wurden. Die Entscheidung für Schwarz-Weiß war also auch eine Hommage an diese Film-Tradition. Echt. Aha. Ein subtiler, visueller Zeitmarker quasi. Genau. Aber der wichtigste Grund war die Maskerade der beiden Hauptfiguren. Die sich als Frauen verkleiden. Genau. In Farbe wäre diese Verkleidung viel schwieriger glaubhaft umzusetzen gewesen. Denk nur an Make-up-Bartschatten. All die Details, die in Farbe viel stärker sichtbar wären. Das heißt, die Entscheidung für Schwarz-Weiß war nicht nur eine ästhetische Entscheidung. Sondern diente auch dazu, die Handlung zu unterstützen. Absolut. Und das zeigt, wie wichtig es ist, die technischen und ästhetischen Möglichkeiten von Schwarz-Weiß zu verstehen. Und sie gezielt einzusetzen. Apropos Technik. Im Text wird auch die Verwendung von blauen Brillen am Set erwähnt. Hast du davon schon mal gehört? Ja, klar. Die blaue Brille war damals ein wichtiges Werkzeug für Kameraleute und Regisseure. Echt. Sie trugen diese Brillen, um zu sehen, wie die Farben am Set im Schwarz-Weiß-Bild wirken würden. Ach, steh. Man musste ja wissen, welche Farben im Schwarz-Weiß-Bild welche Graustufen erzeugen. Wahnsinn. Da steckt also eine ganze Farbenlehre dahinter. Genau. Und das zeigt, wie komplex und anspruchsvoll die Arbeit mit Schwarz-Weiß sein kann. Kein Wunder, dass es früher bei den Oscars sogar getrennte Kategorien für Kostümdesign gab. In Schwarz-Weiß- und Farbfirmen. Ja, das unterschreicht nochmal, dass Schwarz-Weiß und Farbe als zwei völlig unterschiedliche ästhetische Welten betrachtet wurden. Mit ganz eigenen Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Guck, jetzt haben wir viel über Schwarz-Weiß gesprochen. Ja, aber Schwarz-Weiß ist eben auch ein faszinierendes Thema. Absolut. Aber lass uns doch mal einen Blick auf die Anfänge des Farbfilms werfen. Genau. In Marshalls Text werden zwei frühe Beispiele für die Kombination von Schwarz-Weiß und Farbe genannt. Pantakäuter Potemkin. Und Ben Hur. Beide aus dem Jahr 1929-Tügel. Beides Meilensteine der Filmgeschichte. Absolut. Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein ist ein Meisterwerk des sowjetischen Stummfilms. Bekannt für seine revolutionäre Montagetechnik. Besonders berühmt ist ja die Szene mit der roten Fahne, die sich im Wind wiegt. Äh, Eisensteins berühmter Farbschrei. Aber warum ist diese Szene so besonders? Weil sie aus dem Schwarz-Weiß des Films heraussticht. Der Film ist doch in Schwarz-Weiß gedreht. Genau. Die rote Fahne ist das einzige farbige Element im gesamten Film. Und sticht dadurch natürlich extremer vor. Sie wird zu einem starken Symbol der Revolution. Ein bewusster Schockmoment inmitten der Schwarz-Weiß-Asthetik. Ja, genau. Also ein gezielter Einsatz von Farbe, um eine emotionale Reaktion beim Zuschauer hervorzurufen. Ben Hur, der ja im selben Jahr erschien, hat aber ganz anders mit Farbe gearbeitet. Stimmt. Ben Hur war eine der ersten Firmen, der das Zwei-Farben-Technicolor-Verfahren einsetzte. Echt. Allerdings nur für eine ganz besondere Szene. Die Geburt Christi. Wow. Das klingt nach einem bewussten Einsatz von Farbe, um diesen Moment hervorzuheben. Absolut. Der Rest des Films ist in Schwarz-Weiß gedreht. Und teilweise viragiert, also nachträglich monochrom eingefärbt. Genau. Die Geburt Christi hingegen erstrahlt in satten Farben. Und wie auch so zum visuellen Höhepunkt des Films. Ein bewusster Kontrast. Zwei Firmen. Beide aus dem Jahr 19 auch rechten 20. Und doch so unterschiedlich im Umgang mit Farbe. Schon damals war die Frage nach dem bewussten Einsatz von Farbe als dramaturgisches Mittel ein wichtiges Thema. Absolut. Und gerade Sergei Eisenstein hat sich ja intensiv mit der Farbtheorie auseinandergesetzt. Und wegweisende Ideen entwickelt. Ja, Eisenstein war ein Visionär. In Marshalls Text wird beschrieben, wie Eisenstein den naturalistischen Farbeinsatz ablehnte. Richtig. Und Farbe stattdessen als bewusstes Gestaltungsmittel im Sinne der Montage verstand. Farbe als Mittel zum Ausdruck, nicht zur Abbildung der Realität. Er sah Farbe nicht als Mittel zur Abbildung der Realität, sondern als eigenständiges Ausdrucksmittel. Das im Zusammenspiel mit Schnitt, Kamera und Schauspiel Emotionen und Ideen transportieren kann. Er wollte also mit Farbestimmung entzeugen und die Handlung auf einer tieferen Ebene kommentieren. Genau. Und er plädierte für einen sparsamen und gezielten Farbeinsatz. Ähnlich wie bei der Montage. Ja, wo nur die wichtigsten Einstellungen aneinandergereiht werden. Im Text gibt es ein tolles Zitat von Eisenstein. Indem er die Farbgestaltung im Film mit der Montage und der Malerei vergleicht. Genau. Aus dem Kneue mögliche Elemente warf die Montage mit kühnem Griff all das heraus, was an der betreffenden Stelle nicht zwingend notwendig war. Genau so müssen wir vom grellbunten Teppich der unorganisierten Farbenwirklichkeit im Interesse der ausdrucksvollen Gestaltung einer Absicht jene Teile des Spektrums und jene Sektoren der gesamten Farbpalette weglassen, die mit unserer Aufgabe nicht harmonieren. Ein sehr prägnantes Bild. Eisenstein zeigt hier, dass es beim Filmemachen wie in der Kunst generell darum geht, bewusste Entscheidungen zu treffen. Man muss die Farbenwirklichkeit reduzieren. Und die Farben so wählen, dass sie die gewünschte Aussage unterstreichen. Genau. Man könnte also sagen, dass der Film durch bewusste Farbgestaltung eine eigene Farbensprache entwickelt. Die je nach Film, Genre und Regisseur ganz unterschiedlich sein kann. Absolut. Und diese Farbsprache zu verstehen ist essentiell, um Filme auf einer tieferen Ebene analysieren und interpretieren zu können. Richtig. Lass uns das doch mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Gerne. Welchen Film hast du dir ausgesucht? The Picture of Dorian Gray aus dem Jahr 1945. Ah, Dorian Gray. Ein Klassiker. In Marshalls Text wird erwähnt, dass nur Dorian Grays Portrait farbig ist. Der Rest des Films aber in schwarz-weiß gedreht wurde. Warum diese ungewöhnliche Farbgestaltung? The Picture of Dorian Gray ist ein fantastisches Beispiel für den symbolischen Einsatz von Farbe. Der Film basiert ja auf dem Roman von Oscar Wilde. Indem ein junger Mann seine Seele verkauft, um ewig jung und schön zu bleiben. Genau. Sein Portrait altert an seiner Stelle. Und zeigt die Spüren seines moralischen Verfahls. Richtig. Und genau diese Diskrepanz zwischen Dorians äußerer Erscheinung und seinem inneren Verfall wird durch die Farbe visualisiert. Das farbige Portrait wird zum Sinnbild für Dorians dunkle, verfahrende Seele. Die hinter seiner makellosen Fassade verborgen bleibt. Der Kontrast zwischen dem warmen, lebendigen Portrait und der kalten Schwarz-Weiß-Umgebung verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Ja, absolut. Farbe wird hier also ganz gezielt eingesetzt, um den inneren Konflikt der Hauptfigur und die zentrale Aussage des Films zu verdeutlichen. Ein Meisterwerk der visuellen Erzählkunst. Und es zeigt, wie subtile Bedeutungsebenen durch Farbe geschaffen werden. Und den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Spannend. Kommen wir nun zu einem Film, der ja in unseren Quellen auch schon erwähnt wurde. Pleasantville aus dem Jahr 1999. Genau. Ein Film, der sich auf vielfältige Weise mit dem Thema Farbe auseinandersetzt. Und die gesellschaftlichen Veränderungen der 50er und 60er Jahre reflektiert. In unseren Quellen wird ja die Handlung kurz zusammengefasst. Zwei Teenagers aus den 90ern landen in einer schwarz-weißen Sitcom-Welt der 50er Jahre. Genau. David und Jennifer kommen aus einer Welt voller Farbe, Individualität und gesellschaftliche Umbrüche. Pleasantville hingegen ist eine künstliche Welt. Perfekt harmonisch. Und eben schwarz-weiß. Aber diese heile Welt gerät natürlich ins Wanken. Als David und Jennifer mit ihren modernen Ansichten und Verhaltensweisen die Bewohner von Pleasantville beeinflussen. Und diese Veränderungen werden im Film durch Fade visualisiert. Immer wenn die Bewohner neue Erfahrungen machen. Neue Gefühle entdecken. Ja, oder ihre konservative Norm hinterfragen. Er streit die Welt um sie herum in Farbe. Ein geniales visuelles Konzept. Farbe wird hier so ein Symbol für Veränderung, Aufbruch und Befreiung von den Zwängen der Konvention. Absolut. Aber der Film zeigt auch die Ängste und Widerstände. Die mit diesen Veränderungen einhergehen. Die Bewohner von Pleasantville, die an ihrer schwarz-weißen Welt festhalten wollen, reagieren mit Unverständnis. Ablehnung. Ja, sogar mit Gewalt auf die Fadigen. Das erinnert natürlich stark an die gesellschaftlichen Konflikte der 60er Jahre. Rassismus, Sismus, die sexuelle Revolution. Der Kampf um individuelle Freiheit. Genau. Pleasantville ist zwar kein historischer Film. Aber er greift diese Themen auf. Und zeigt, wie eng sie mit dem Thema Farbe verwoben sind. Der Film zeigt also, dass Farbe nicht nur ästhetische, sondern auch soziale und politische Bedeutung haben kann. Absolutly. Und er wirft die Frage auf, wie wir mit Veränderungen umgehen. Und wie wir unsere eigenen Pleasantvilles hinterfragen können. Ein spannender Gedanke. Pleasantville ist aber nicht nur wegen seiner Thematik interessant. Sondern auch wegen seiner innovativen Technik. Der Film setzt digitale Farbgebung als Narrativesmittel ein. Um die Entwicklung der Charaktere und der Gesellschaft in Pleasantville zu visualisieren. Im Text von Paul Grange wird das sehr schön beschrieben. Grange bringt es auf den Punkt. Die Farbe ist in Pleasantville nicht nur Decoration. Sondern ein integraler Bestandteil der Erzählung. Sie zeigt, wie sich die Wahrnehmung der Realität verändert und wie die Figuren aus ihren alten Denkmustern aussprechen. Genau. In Granges Text wird auch die Kontroverse um die Farbgebung von alten Filmen angesprochen. Pleasantville wird hier als Beispiel für einen gewanderten Umgang mit digitaler Farbgebung genannt. Was sagst du dazu? Die digitale Farbgebung hat sich seit den ersten Versuchen in den 80er Jahren enorm weiterentwickelt. Sie ist preziser, subtiler und vielseitiger geworden. Ja, absolut. Heute wird sie nicht mehr nur zur Aufbesserung alter Firma verwendet. Sondern auch als künstlerisches Werkzeug in neuen Filmen. Pleasantville ist also ein gutes Beispiel dafür, wie digitale Farbgebung als künstlerisches Mittel eingesetzt werden kann. Um eine Geschichte zu erzählen und komplexe Themen zu visualisieren. Der Film zeigt, dass die Grenzen zwischen Farbe und Schwarz-Weiß fließend sein können. Und dass der Wechsel zwischen beiden Modi eine enorme dramaturgische Kraft hat. Apropos Farbwechsel. Marshall nennt in seinem Text ja eine ganze Reihe von Firmen, die mit diesem Wechsel arbeiten. Ja, viele Filmemacher nutzen den Farbwechsel als Stilmittel. Eine häufige Funktion des Farbwechsels ist die Markierung von Zeitsprüngen, Erinnerungen oder Träumen. Zum Beispiel in Filmen wie Raging Ball, High Mat, The Purple Rose of Cairo. Smoke oder Habel Canela. Genau. Schwarz-Weiß wird oft für die Vergangenheit verwendet. Die Gegenwart in Farbe. Das liegt natürlich auch an der Filmgeschichte selbst, da ältere Filme ja meist in Schwarz-Weiß gedreht wurden. Der Wechsel zwischen Schwarz-Weiß und Farbe kann also auch die zeitliche Dimension einer Geschichte verdeutlichen. Richtig. Es gibt aber auch Filme, die diese Konvention brechen. Wie zum Beispiel. Heimweck von Song Yu. Ah ja, Heimweck. Wo die Gegenwart in Schwarz-Weiß und die Vergangenheit in Farbe gezeigt wird. Ein interessantes Beispiel. Hier unterstreicht der Farbwechsel die emotionale Bedeutung der Vergangenheit. Und den Kontrast zur zisten Gegenwart. Genau. Im Text werden noch weitere Funktionen des Farbwechsels genannt. Zum Beispiel. Die Darstellung von unterschiedlichen Realitäts- und Fiktionsebenen. Oder die Assoziation mit dokumentarischer Ästhetik. Die Möglichkeiten sind wirklich vielfältig. Der Farbwechsel kann verschiedene Erzähllebenden voneinander abgrenzen. Die Glaubwürdigkeit einer Geschichte unterstreichen. Oder dem Zuschauer einen bestimmten Blickwinkel auf die Handlung nahe legen. Genau. Lass uns doch mal zwei Firmen genauer betrachten, die im Text als Beispiele für den virtuosen Einsatz des Farbwechsels genannt werden. Raging Bull von Martin Scorsese. Und Heavenly Creatures von Peter Jackson. Zwei Meisterwerke. Raging Bull ist ein intensives Boxerdrama, das in Schwarz-Weiß gedreht ist. Aber einzelne Szenen in Farbe zeigt. Ähne es für dich, welche Szenen das sind und welche Funktionen die Farbe in diesen Szenen hat? Lass mich überlegen, sind das nicht die Szenen aus Jake's Private Leben? Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Kampfszenen in Raging Bull alle in Schwarz-Weiß. Während Jake's Private Leben, also die Szenen mit seiner Frau und seiner Familie, in Farbe dargestellt werden. Genau. Und dieser Kontrast ist sehr wirkungsvoll. Die Kampfszenen sind brutal, dynamisch, voller Energie. Während die Farbszenen ruhiger, intimer und scheinbar harmonischer wirken. Richtig. Aber erinnerst du dich, wie die Farben in den Heimatszenen wirken? Im Text wird erwähnt, dass die Farben in den Heimatszenen seltsam rotstichig und verblichen wirken, fast wie alte Amateurfilme. Genau. Diese Verfremdung der Farben hat eine wichtige Bedeutung. Sie zeigt, dass auch die vermeintlichen Glücksmomente in Jakes Leben vergänglich und trügerisch sind. Die Farbe erhält hier eine ironische Note. Und unterstreicht die tragische Dimension der Geschichte. Ja, genau. Wow, es ist ja eine sehr subtile und vielschichtige Interpretation des Farbeinsatzes. Heavenly Creatures, der ja auch im Text erwähnt wird, ist ein ganz anderer Film. Aber arbeitet ebenfalls sehr komplex mit Farbe. Heavenly Creatures ist ein faszinierendes Beispiel für die psychologische und symbolische Kraft der Farbe. Der Film erzählt die Geschichte einer obsessiven Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Die in ihrer eigenen Fantasiewelt leben. Und schließlich einen Mord begehen. Richtig. Und diese Fantasiewelt wird im Film durch verschiedene Farbmodi dargestellt. Die sich mit der Realität vermischen. Genau. Im Text werden sechs verschiedene Farbmodi beschrieben. Farbiger Realismus, historisches Farbmaterial, technical aesthetic, schwarz-weißem High-Key-Stil, schwarz-weißem Low-Key-Stil. Und eine braungraue Welt der Lehmfiguren, mit denen die Mädchen spielen. Wow, das ist ja eine ganze Farbpalette. Welche Funktion hat dieser komplexe Farbeinsatz? Der Farbwechsel dient dazu, die verschiedenen Realitäts- und Fiktionsebenen der Geschichte zu verdeutlichen. Und uns in die Psyche der Mietje einzuführen. Wir sehen die Welt durch ihre Augen. Und die Farben spiegeln ihre Emotionen, Fantasien und Wahnvorstellungen wieder. Genau. Farbe wird hier also zum Schlüssel für das Verständnis der Figuren und ihrer inneren Konflikte. Richtig. Und der Film zeigt auch, wie die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen. Und wie Bilder unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinflussen. Das spannendste Thema. Aber bevor wir uns jetzt in die Tiefen der Farbpsychologie stürzen, würde ich gerne noch den Punkt Farbe als Zeitsignal ansprechen. Der im Text immer wieder auftaucht. Ein wichtiger Aspekt. Wie wir ja schon gesehen haben, können Farben bestimmte Zeitperioden visualisieren. Und uns bei der zeitlichen Einordnung der Handlung helfen. Im Text wird zum Beispiel erwähnt, dass gealtete, verblichene Farben oft als Hinweis auf die Vergangenheit eingesetzt werden. Während gesättigte Farben im Technicolor-Stil die 50er Jahre repräsentieren können. Genau. Und entsättigte Farben, also Farben mit weniger Leuchtkraft, können die Vergänglichkeit von Erinnerungen widerspiegeln. Oder die Melancholie einer bestimmten Zeit. Heavenly Creatures ist ja ein gutes Beispiel für den Einsatz von gealterten Farben, um die Vergangenheit darzustellen. Aber es gibt auch viele andere Filme, die mit dieser Technik arbeiten. Kennst du ein paar Beispiele? Ja, zum Beispiel Far from Heaven und Abed Famous, die beide in den 50er Jahren spielen. Und die leuchtenden Farben des Technicolor-Films zitieren, um die Abed-Sphäre dieser Zeit einzufangen. Genau. Interessant. Aber lass uns jetzt noch einen Blick auf die symbolische Bedeutung von Farbe werfen. Ein wichtiger Aspekt. Im Text heißt es, Farbe als Ausdruck von Emotionen, Stimmungen und Beziehungen. Farbe hat eine enorme symbolische Kraft. Sie kann Emotionen visualisieren, Stimmungen schaffen. Beziehungen zwischen Figuren verdeutlichen. Ja. Im Text werden einige Beispiele genannt, wie Farbe in Filmen symbolisch eingesetzt wird. Welche Filme werden denn genannt? Kennst du die Filme Road to Perdition, A Star is Born und Snow Falling on Cedars? Klar, Road to Perdition mit Tom Hanks, oder? Genau. In Road to Perdition, zum Beispiel, werden das Meer und die Farben als Vorboten des Todes inszeniert. Die Szene, in der der Vater mit seinem Sohn am Strand steht und auf das Meer blickt, ist voller Symbolik. Die Farben sind kalt und bedrohlich. Die Wellen schlagen unheuervoll ans Ufer. Man ahnt, dass das Glück der beiden nicht von Dauer sein wird. Ja, eine sehr eindringliche Szene. Wow, das ist ja eine sehr subtile und vielschichtige Interpretation des Farbeinsatzes in A Star is Born, zivilisieren die untergehende Sonne und die Meeresbrandung das Ende eines Lebens. Ein Klassiker. Die Farben sind warm und melancholisch, aber gleichzeitig auch voller Schönheit und Traumatik. Ein sehr emotionales Bild. Und in Snow Falling on Cedars werden entsättigte Farben eingesetzt, um die Trauer und den Verlust der Hauptfigur auszudrücken. Die Welt in Snow Falling on Cedars ist grau und neblig. Die Farben wie ausgeblichen. Das spiegelt die innere Leere und die emotionale Kälte der Hauptfigur weiter. Genau. Drei sehr unterschiedliche Firmen, die aber alle zeigen, wie Farbe komplexe Emotionen und Themen visualisieren kann. Und die Handlung auf einer tieferen Ebene kommentieren. Farbe ist ein unglaublich vielseitiges und kraftvolles Mittel in Firmen. Und es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich Regisseure mit Farbe arbeiten. Und welche Bedeutungsebenen sie dadurch schaffen. Absolut. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon so viele Aspekte der Farbe im Film beleuchtet, dass wir an dieser Stelle eine Pause machen sollten. Ja, eine kleine Fischnaufpause. Und weiter geht es mit unserem Deep Dive in die Welt der Farben im Film. Im ersten Teil haben wir ja schon einiges über Schwarz, Weiß und Farbe gelernt. Ihre Geschichte und ihren Einsatz als Stilmittel. Aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Ja, absolut. Tauchen wir doch mal tiefer ein in die verschiedenen Funktionen des Farbwechsels. Wir haben ja schon Filme wie Raging Bull oder Heavenly Creatures erwähnt, die mit Schwarz, Weiß und Farbe auf sehr kunstvolle Weise arbeiten. Heavenly Creatures ist ja ein super Beispiel dafür, wie Farbe die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen kann. Die beiden Mädchen leben ja regelrecht in ihrer eigenen Traumwelt. Die wurde im Film durch die verschiedenen Farbmodi visualisiert. Genau. Da haben wir die schwarz-weißen Traumsequenzen im Stil des Films Noir. Die wirken fast schon surreal. Dann die bunten Technicolor-Fantasien, die erinnern an klassische Märchenfilme. Und schließlich die braungraue Welt der Limmfiguren, mit denen die Mädchen spielen. All diese Farbwelten vermischen sich im Film und zeigen uns, wie die Mädchen ihre eigene Realität konstruieren. Ein anderes Beispiel für den Einsatz von Farbe zur Unterscheidung von Realität und Fantasie ist Woody Allen's The Purple Rose of Cairo, oder? Absolut. In dem Film verliebt sich eine Frau in eine Figur aus einem Schwarz-Weiß-Film, der plötzlich zum Leben erwacht und aus der Leinwand tritt. Die schwarz-weiße Filmwelt steht im Kontrast zur farbigen Realität und verkörpert die Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt. Woody Allen spielt hier also ganz bewusst mit den Erwartungen des Zuschauers und lässt die Grenzen zwischen Funktion und Realität verschwimmen. Aber es gibt ja auch Filme, die schwarz-weiß einsetzen, um eine Assoziation mit dokumentarischer Ästhetik zu erzeugen. Stimmt. Ein gutes Beispiel dafür ist Oliver Stones JFK, der die Ermordung von John F. Kennedy rekonstruiert. Stone mischt Farbaufnahmen mit Schwarz-Weiß-Material, um den dokumentarischen Charakter des Films zu unterstreichen und die Bilder authentischer wirken zu lassen. Er will uns also glauben machen, dass wir Zeuge der realen Ereignisse werden. Genau. Aber gleichzeitig spielt er natürlich mit den Konventionen des Dokumentarfilms und hinterfragt damit unsere Wahrnehmung der Geschichte. Spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal auf Pleasantville zurückkommen. In Paul Granges Text wird ja beschrieben, wie der Film die Kontroverse um die Farbgebung von alten Filmen reflektiert. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Pleasantville zeigt ja, wie die Bewohner der schwarz-weißen Stadt zunächst schockiert und ängstlich auf die Farbe reagieren. Sie wollen ihre eile Welt bewahren und sehen die Farbe als Störfaktor, ja sogar als Bedrohung. Das erinnert natürlich stark an die Debatte um die Kolorierung alter Schwarz-Weiß-Filme, die ja in den 80er Jahren sehr heftig geführt wurde. Viele Filmliebhaber und Regisseure waren strikt dagegen, weil sie darin einen Eingriff in die künstlerische Vision der Filmemacher sahen. Genau. Sie argumentierten, dass Schwarz-Weiß-Filme eine eigene Ästhetik und Ausdruckskraft haben, die durch die Kolorierung verloren geht. Und Pleasantville greift diese Debatte auf, indem der Film zeigt, wie die Bewohner der Stadt erst lernen müssen, mit der Farbe umzugehen und ihre Schönheit zu erkennen. Aber Grange argumentiert ja, dass sich die Einstellung zur digitalen Farbgebung im Laufe der Zeit gewandelt hat. Ja. In den 90ern, als Pleasantville entstand, war die digitale Technik schon viel weiter fortgeschritten als in den 80ern. Und die Möglichkeiten der Farbgestaltung waren viel vielfältiger. Digitale Farbgelung wurde nicht mehr nur für die Kolorierung alter Firmen eingesetzt, sondern auch als kreatives Werkzeug, um neue Firmen zu gestalten. Genau. Und Pleasantville ist ein Paradebeispiel dafür, wie digitale Farbgebung als Narratives und künstlerisches Mittel eingesetzt werden kann, um eine Geschichte zu erzählen und komplexe Themen zu visualisieren. Der Film hat ja auch viele positive Kritiken bekommen und wurde für seine innovierte Technik und seine mutige Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen gelobt. Absolut. Pleasantville ist ein wichtiger Film, der uns zeigt, wie Farbe unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen kann und welche Bedeutung ihr bewusster Einsatz im Film haben kann. Wir haben jetzt ja schon viel über Pleasantville gesprochen. Vielleicht sollten wir auch mal die anderen beiden Quellen für unseren Deep Dive genauer unter die Lupe nehmen, den Wikipedia-Artikel und die zwei Filmkritiken. Gerne. Der Wikipedia-Artikel fasst die Handlung von Pleasantville detailliert zusammen und geht auch auf die verschiedenen Themen ein, die der Film behandelt. Genau. Dort wird zum Beispiel erwähnt, dass die Farbe nicht nur die gesellschaftlichen Veränderungen symbolisiert, sondern auch die emotionale und sexuelle Entwicklung der Figuren. Stimmt. Jennifer, die zu Beginn des Films noch oberflächlich ist und auf ihr Aussehen fixiert ist, lernt in Pleasantville neue Seiten an sich kennen und entdeckt ihre Sexualität. Und diese Entwicklung wird auch durch die Farbe visualisiert. Je freier und selbstbewusster Jennifer wird, desto mehr Farbe kommt in ihr Leben. Und David, der am Anfang eher schüchtern und unsicher ist, findet in Pleasantville seinen Mut und seine Stimme. Genau. Er lernt, für seine Überzeugungen einzustehen und gegen die Ungerechtigkeit in der schwarz-weißen Welt zu kämpfen. Auf diese Entwicklung wird durch Farbe symbolisiert. Als David zum ersten Mal Farbe annimmt, ist das ein Zeichen dafür, dass er erwachsen geworden ist und Verantwortung übernimmt. Spannend. In einer der Filmkritiken, die wir haben, wird Pleasantville ja als Social Commentary of Surprising Power bezeichnet. Ja, der bekannte Filmkritiker Roger Ebert war sehr beeindruckt von dem Film. Er lobte vor allem die subtile und intelligente Art und Weise, wie der Film das Thema Farbe behandelt. Ebert schreibt, Ein sehr treffender Vergleich. Die Farbe in Pleasantville wird also zum Symbol für die Befreiung vom Konformismus und den Mut, neue Wege zu gehen. Genau. Und der Film zeigt, dass diese Befreiung nicht immer einfach ist und oft mit Ängsten und Widerständen verbunden ist. In der zweiten Filmkritik, die wir ausgewählt haben, geht der Autor ja noch stärker auf die politischen und gesellschaftlichen Bezüge von Pleasantville ein. Ja, Adam Chitwood sieht in dem Film eine Allegorie auf die Unterdruckung und den Kampf um Freiheit, die in verschiedenen Epochen der Geschichte immer wieder eine Rolle gespielt haben. Ein starkes Bild. Chitwood vergleicht die Angst vor der Farbe in Pleasantville mit dem Rassismus und der Diskriminierung, die ja lange Zeit ein großes Problem in den USA waren. Und er sieht in der Befreiung durch die Farbe eine Metapher für den Kampf um Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit. Genau. Pleasantville ist ein Film, der auf verschiedenen Ebenen interpretiert werden kann und der auch heute noch hochaktuell ist. Absolut. Der Film zeigt uns, wie wichtig es ist, unsere eigenen Pleasantvilles zu hinterfragen und uns für eine Welt einzusetzen, in der Vielfalt und Individualität nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung gesehen werden. Ein wichtiges Anliegen. Und Pleasantville ist ein tolles Beispiel dafür, wie Filmkunst mithilfe von Farbe komplexe Themen auf eine duktile und gleichzeitig sehr eindringliche Art und Weise darstellen kann. Absolut. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick über die verschiedenen Funktionen und Bedeutungsebenen von Farbe im Film bekommen. Ja, wir haben ja wirklich viele Aspekte beleuchtet. Schwarz-Weiß versus Farbe, der bewusste Einsatz von Farbe als Stillmittel, der Farbwechsel als negatives Werkzeug, Farbe als Zeitsignal, die symbolische Bedeutung von Farbe und natürlich die digitale Farbgebung und ihre Möglichkeiten. Und Pleasantville hat sich dabei ja als ein sehr ergiebiges Beispiel erwiesen, das viele dieser Aspekte vereint und uns zum Nachdenken anregt. Aber jetzt würde ich es gerne auch eine abschließende Frage stellen. Inwiefern beeinflussen die technologischen Entwicklungen im Bereich der digitalen Bildbearbeitung die Bedeutung und den Einsatz von Farbe im Film? Eine spannende Frage. Die digitale Technik hat die Möglichkeiten der Farbgestaltung ja enorm erweitert. Filmemacher können heute Farben manipulieren, Effekte erzeugen und Welten erschaffen, die früher undenkbar gewesen wären. Aber birgt diese neue Freiheit nicht auch Gefahren? Besteht nicht die Gefahr, dass die Farbe zum Selbstzweck wird und die Geschichte in den Hintergrund tritt? Das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Wie bei allen technischen Neuerungen kommt es auch bei der digitalen Farbgebung darauf an, die Mittel sinnvoll und gezielt einzusetzen. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Technik und Inhalt zu finden und die Farbe so einzusetzen, dass sie die Geschichte unterstützt und den Zuschauer emotional berührt. Genau. Und ich bin gespannt, wie sich die Farbgestaltung im Film in Zukunft weiterentwickeln wird und welche neuen Möglichkeiten die digitale Technik noch eröffnen wird. Das wird sicherlich spannend. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, unseren Deep Dive in die Welt der Farbe im Film langsam abzuschließen. Vielen Dank für diese faszinierende Reise durch die Filmgeschichte und die Farbtheorie. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu diskutieren. Und wir hoffen, ihr, liebe Medienwissenschaftsstudierende, konntet einige neue Erkenntnisse und Denkanstöße mitnehmen. Schaut euch Firmen bewusst an, achtet auf die Farben und ihre Wirkung und lasst euch von der Magie der Farben im Film verzaubern. Willkommen zurück zu unserem Deep Dive in die Welt der Farbe im Film. So, jetzt sind wir schon im dritten Teil. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man über Firmen spricht. Stimmt. In den ersten beiden Teilen haben wir ja wirklich schon viele Aspekte der Farbe im Film beleuchtet. Von Schwarz-Weiß über Technicolor bis zur digitalen Farbgebung. Aber vielleicht sollten wir zum Abschluss nochmal einen Schritt zurücktreten. Und die Frage nach der Bedeutung von Farbe im Film ganz allgemein betrachten. Genau. Warum schauen wir uns eigentlich so gerne bunte Filme an? Ist es nur die schöne Optik? Oder steckt mehr dahinter? Ich denke, es ist viel mehr als nur Dekoration. Farbe im Film, das ist so eine eigene Sprache. Absolut. Die Emotionen transportiert. Stimmungen erzeugt. Ja, und Bedeutungsebenen schafft. Sie kann uns in femmende Welten entführen. Uns zum Lachen bringen. Uns zu Tränen rühren. Oder uns zum Nachdenken anregen. Ganz genau. Farbe kann die Atmosphäre einer Szene prägen. Beziehungen zwischen Figuren verdeutlichen. Die Hanlo auf einer symbolischen Ebene kommentieren. Und sogar unsere Wahrnehmung der Zeit beeinflussen. Ja, absolut. Denken wir nur an die vielen Filme, die wir besprochen haben. Panzer Kreuzer Potemkin mit seinem berühmten Farbschrei. Ben Hur mit der strahlenden Geburt Christi inmitten des schwarz-weißen Films. Billy Wilder's Some Like It Hot, wo schwarz-weiß die Maskerade der Hauptfiguren unterstützt. Oder the picture of Dorian Gray. Wo das farbige Porträt die dunkle Seele der Hauptfigur offenbart. Pleasantville mit seinem faszinierenden Spiel zwischen schwarz-weiß und Farbe. Raging Bull mit seinen kontrastreichen Kampf- und Heimatszenen. Und heavenly Creatures. Wo die verschiedenen Farb-Modee die Fantasiewelt der Mädchen visualisieren. So viele unterschiedliche Filme. Und doch zeigt sich in allen Beispielen die Bedeutung der Farbe. Ja, wie wichtig der bewusste Einsatz von Farbe für die filmische Erzählkunst ist. Farbe im Film ist ein mächtiges Werkzeug. Das in den Händen eines guten Regisseurs zu unverzichtbaren Element der visuellen Erzählkunst wird. Absolut. Ich denke, wir haben in diesem Deep Dive gezeigt, wie vielfältig und facettenreich der Einsatz von Farbe im Film sein kann. Von den subtilen Nuancen des schwarz-weiß Films über die leuchtenden Farben des Technicolor Kinos bis hin zu den grenzenlosen Möglichkeiten der digitalen Farbgebung. Farbe im Film ist eben mehr als nur Optik. Sie ist ein Schlüssel zum Verständnis der Filmsprache. Und ein wichtiges Element der künstlerischen Gestaltung. Genau. Wir hoffen, liebe Medienwissenschaftsstudierende, ihr habt durch diesen Deep Dive ein tieferes Verständnis für die Bedeutung von Farbe im Film gewonnen. Schaut euch firmebewusst an, achtet auf die Farben, analysiert ihre Wirkung, lasst euch von ihrer Magie verzaubern. In diesem Sinne, Film ab! Und bis zum nächsten Deep Dive!